Liebe Kinder, heute ist der 24. Dezember. Ich erzähle euch die Geschichte. Endlich ist Weihnachten. Hurra, heute ist Heiligabend. Leo überlegt sich nochmal, was er sich gewünscht hat. Er ist schon sehr gespannt, ob ihm der eine oder andere Wunsch erfüllt wird. Doch um das herauszufinden, muss er sich noch ein bisschen gedulden. Während die Mami in der Koche viel zu tun hat, verbringen Leo und die kleine Lilli einen tollen Nachmittag mit dem Papi. Am Ende ist das Mäuslihaus sehr festlich geschmückt und die Mami ruft alle zum Essen. Mami, das ist aber besonders fein heute, schwärmt Leo. Gerade ist die Mäusli-Familie mit dem Essen fertig. Das sagt der Papi. Hört, hört, hören dir auch ein Glöckchen. Der Leo springt auf, der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann ist da. Er rennt ins Wohnzimmer. Und tatsächlich, der Baum erstrahlt im Kerzenlicht. Mami, Papi, kommet, ich gebe euch jetzt mein Geschenk. Erinnerst du dich noch? Leo hat in der Adventszeit jeden Tag ein Bild gemalt. Jetzt sind alle 24 Bilder fertig. Am Leo, seine Eltern haben sehr Freude am Geschenk. Wunderbar hast du das gemacht, du Lausemaus. Jetzt steht die Mäusli-Familie vor dem Weihnachtsbaum. Alle singen das Lied und wünschen sich fröhliche Weihnachten. Wir, das Team von Engeli und Pengeli Spielparadies, wünschen dir und deiner ganzen Familie eine fröhliche Weihnachten. Wir, das Team von Engeli und Pengeli, Wir, das Team von Engeli und Pengeli, Wir, das Team von Engeli und Pengeli,